Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge live. Heute bin ich in Olbernau bei Edeka Weber und hier möchte ich mir heute mal den Ausbildungsberuf Einzelhandelskaufmann und Frau anschauen. Begleiten werde ich heute die Marlen. Schönen guten Morgen. Acht Stunden habe ich wieder Zeit um so viel wie möglich über den Ausbildungsberuf herauszufinden. Die starten in dieser Sekunde und deswegen würde ich sagen gehen wir direkt rein oder? Ja, los geht's! Musik Marlene, die ersten Kunden sind ja jetzt mittlerweile hier im Markt, der jetzt seit ein paar Minuten geöffnet hat. Was hast du denn bisher so gemacht? Bisher habe ich halt vorne Salat eingeräumt und Obst, Gemüse, die Qualität geprüft und Frische halt auch mit reingeräumt. Okay, und was machst du jetzt gleich noch? Gleich werde ich erstmal ein bisschen Ware einräumen und dann an die Kassung noch ein bisschen abkassieren. Sehr cool, dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch auch noch an. Marlene, sag mal, warum hast du dich eigentlich ursprünglich dazu entschieden, deine Ausbildung bei Edeka Weber zu machen? Ich war halt schon sehr viel in Märkten von Weber einkaufen und habe dazu mich dann entschlossen, wo hier der Markt eröffnet wurde, halt meine Ausbildung hier zu machen. Und habe halt auch gemerkt, dass das hier alles sehr familiär ist. Und ja, das ist ja schön. Und ja, das ist ja schön. Marlene, hier an der Kasse ist es ja jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Deswegen hoffe ich, dass du mir noch mal kurz ein, zwei Fragen beantworten kannst. Klar, schieß los. Ich habe dir jetzt hier gerade ja schon ein bisschen über die Schultern geschaut, als du hier an der Kasse saßt. Ich finde, auf Dauer sah das schon ein bisschen anstrengend aus, oder? Ja, das ist es auf jeden Fall, weil man muss sich die ganze Zeit konzentrieren und am Abend muss ich auf die Kasse dann stimmen. Ich meine, klar, Stress hat man in jedem Ausbildungsberuf mal, das gehört halt irgendwie dazu. Aber was macht denn dir an deinem Beruf so am meisten Spaß, an deinem Ausbildungsberuf? Meine Ausbildung macht mir am meisten Spaß, dass es halt sehr vielseitig ist. Wir haben halt verschiedene Bereiche und ich verstehe mich halt auch mit meinen Kollegen super gut. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Sehr cool. So muss es sein. Marlene, dein Arbeitstag ist jetzt rum, ne? War auf jeden Fall super, dass du mir mal gezeigt hast, was du als Einzelhandelskaufrause machst. War sehr interessant. Gerne. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Tschüssi. Und für euch jetzt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und teilt das Video, bis es nicht mehr geht. Würde mich persönlich sehr freuen. Und checkt auch mal erzlive.de aus, hier unten auch eingeblendet. Da gibt es noch viele weitere Infos zu diesem Ausbildungsberuf und auch noch zu weiteren, die wir vorgestellt haben und vorstellen werden. Ansonsten checkt auch mal das Portal der Agentur für Arbeit ab und zwar unter dasbringlichweiter.de oder ihr macht dort einfach mal ein Gespräch beim Berufsberater aus. Das lohnt sich auch. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tja, Tja, Tja. So gut, Grüß Gott ist mir. Bis zum nächsten Mal. Tja, Tja. Tja, Tja.